Musik Hallo, ich bin Jana und ich spreche hier aus dem Circa-Tiefhof, wo ich hier zusammen mit Simon unsere Tuchgruppe unterrichte. Musik Tuch ist eine der anspruchsvollsten Zirkusdisziplinen bei uns im Zirkus und ist aber dennoch sehr gefragend für den Kindern. Man benötigt hierfür eine sehr, sehr viel Kraft und sehr hohe Körperspannung und Körperbeherrschung. Daher lernen die Kinder hier auch sehr, über sich hinaus zu wachsen. Musik 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 Musik